Styra Anlagenbau GmbH, ein innovatives Unternehmen auf der Überholspur. Im September 2004 hat die Styra Anlagenbau GmbH aus Gmunden im Salzkammergut ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Dabei hat sie sich in kürzester Zeit am Markt etabliert. Mit seinen 14 Beschäftigten zeigt sich das Unternehmen für die Planung, Fertigung und Montage von Industrieanlagen in den verschiedensten Bereichen verantwortlich. Die langjährigen Erfahrungen des Firmeneigners und seinen Mitarbeitern bilden die optimale Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung verschiedenster Projekte. Kunden wie das Betonwerk Rieder, Spitz, Alcatel oder SGL Carbon vertrauen mittlerweile auf die hohe Kompetenz und das Know-how des schlagkräftigen Unternehmens. In den Bereichen Qualität und Wirtschaftlichkeit werden dabei höchste Standards gesetzt. Vom Salzkammergut ausgehend realisiert die Styra Anlagenbau GmbH vorwiegend Projekte in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten. Weitere Informationen finden Sie unter www.stuera.at.